Und wieder ein Wissensvideo, das deutsche Tutorial von XDB. Es geht heute um die Unterstützungen und die Widerstände. Kaufe die Unterstützung, verkaufe den Widerstand, um das Trading möglichst so simpel wie möglich zu machen. Jens Schadowski, mein Name von XDB, der Experte und Hauptnahrer gleich der Stefan Salomon. Und gleich geht es los. Da wir ein hochgeliebter Broker sind, dürfen wir natürlich immer zum Start kurz den Risikohinweis sagen. Es geht bei XDB auch, aber nicht nur, um Forex und CFDs. Wenn Sie Forex und CFDs handeln, der Hebeleffekt hier. Multipliziert Ihre Gewinnmöglichkeiten. Leider aber auf eine andere Strategie nicht aufgehen sollte. Und der falsche Vermarkt wären die möglichen Verluste. Wenn Sie Starter sind, starten Sie am besten immer mit einem Demokonto und machen sich im Demomodus mit dem Trading, dem Hebeleffekt und Ihrem persönlichen Risikomanagement ausreichend vertraut, bevor Sie mit dem echten Geld weiter traden. Natürlich auch keinerlei Anlageberatung oder Steuerberatung oder sonstige Beratung bei uns. Execution Uni, wie es auf Neudeutsch schon heißt. Und wenn Sie die ganzen Informationen ausführlich nachlesen möchten, auf der xdb.com.de-Seite natürlich zu finden. XDB ist in Berlin. Falls Sie noch nicht XDB kennen, Telefonnummer, E-Mail, Telefonnummer, habe ich schon gesagt. Und natürlich die Adresse, alles hier auf einer Seite zu finden. Und natürlich auch auf der xdb.com.de-Seite hinterlegt. Wer ist XDB noch? In Deutschland gelten wir als der beste CFD-Broker des Jahres. Wir haben 23, aber auch schon 24 viele Wiedererwartes bekommen. Rechts die Siegel und links einige Gründe, die wohl dazu geführt haben. Und dazugekommen ist vor wenigen Monaten noch auch ein Zinsangebot. Wenn Sie also wie viele Trader auch mal drei Tage, drei Wochen pausieren, bis der nächste Trade ansteht, bekommen Sie automatisch täglich verfügbare Zinsen, Guthabenzinsen auf das nicht investierte Guthaben. Auch das gibt es längst nicht überall. Überzeugen Sie sich einfach gern selbst. Und dann komme ich schon zur ersten Folie. Und der Stefan Salomon übernimmt hiermit. Ja, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, vielen Dank für die Einführung, Jens. Mein Name ist Stefan Salomon, Buchautor und Chartanalyst, Trader und Coach. Einfach, aber erfolgreich, das wollen wir uns heute mal anschauen. Immer mit dem Trend, kaufe die Unterstützung, Verkaufe den Widerstand. Ja, ist Börse tatsächlich so einfach? Das wollen wir uns mal anschauen. Und das möchte ich Ihnen eigentlich auch zeigen, dass das so möglich ist, dass das also durchaus einfach sein kann. Schon Einstein wusste, wir müssen lernen, das wirklich Bedeutsame, das Grundlegende vom Überflüssigen zu unterscheiden und uns von allem anderen abwenden, von der Vielzahl der Dinge, die den Geist verstopfen, um von Wesentlichen ablenken. Ich mache das ja schon ein bisschen länger. Also Fibonacci, Elliot Waves, Indikaturen, Schieß-micht-tot-Verfahren etc. Kann man durchaus einmal zur Seite lassen und sich sozusagen auf die Basics konzentrieren, auf das Einfache. Und machen sich Börse und Trading nicht zu kompliziert. Letztendlich folgt daraus, dass wir versuchen sollten, immer mit der Masse zu gehen, immer mit dem mitzugehen, was der Markt vorgibt. Das heißt also, hieraus folgt ganz einfach immer mit dem Trend, kaufe die Unterstützung im Aufwärtstrend. Das heißt also, die Rücksetzer wollen wir versuchen aufzufangen und verkaufe den Widerstand im Abwärtstrend. Das heißt, die Erholungen an einen Widerstand wollen wir im Abwärtstrend verkaufen. Oder ganz salopp, kaufe die Unterstützung, verkaufe den Widerstand. Die Frage ist natürlich immer, wo ist der Trend als Richtschnur, als Maxime? Sie sehen hier die NVIDIA-Aktie auf Monatsbasis. Das ist natürlich nicht unbedingt jetzt zum Trading geeignet, die Monatskerzen. Aber die Monatskerzen geben eine sehr schöne Grundstimmung im Markt. Und wenn ich diese Grundstimmung habe als Trend, dann kann ich auch als sehr kurzfristig orientierter Trader natürlich versuchen, hier immer mit dem Trend zu gehen. Was wir hier in der NVIDIA-Aktie sehen, ist im Prinzip, dass wir hier mehrere Auflagepunkte haben. Das heißt, für einen Aufwärtstrend, für eine Aufwärtstrendlinie. Und diese Aufwärtstrendlinie hier auch durchaus mal verlassen wird. Aber hier haben wir ja Unterstützung. Und diese Unterstützung wird hier auch bestätigt. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, dass das vielleicht eine Korrektur ist, dann kann ich natürlich insbesondere nach bei einem Rückkehr in den langfristigen Trend, da bekomme ich also im Prinzip mein Kaufsignal, ausgehend auch von der erfolgreich getesteten Unterstützung. Die Maßgabe, die richtige Schnur wäre also insbesondere hier von den Monatskerzen, dass man dann im weiteren Verlauf, auch im kurzfristigen Bild, eigentlich nur noch die Kaufsignale beobachtet. Und das schauen wir uns mal im Detail an in der NVIDIA-Aktie. Also wir haben hier diesen, unseren langfristigen Aufwärtstrend gehabt, der hier in diesem Bereich getestet und kurz verlassen wurde in Verbindung mit der Unterstützung. Kaufe, wenn andere geben. Das heißt, also hier haben wir noch so ein bisschen, ja, Verkäufer gesehen. Und wichtig ist dann natürlich, wo kaufe ich dann? Das heißt, ich könnte natürlich jetzt sagen, also ich kaufe hier, wenn der Abwärtstrend verlassen wird, die lange weiße Kerze bietet hier auch schon eine Unterstützung an. Aber ich habe hier noch den Sonderfall einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die mit einer langen weißen Kerze hier, wo diese kleine Ellipse ist, nach oben verlassen wurde. Wo kauft man jetzt? Das sind ja hier die Wochenkerzen. Als übergeordnete Richtschnur in Verbindung mit den Monatskerzen hätten wir also hier schon die Chance gehabt, weiter nach oben zu laufen. Alleine aus der inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation und ein sehr schönes Kursziel. Hatte ich übrigens auch in meinen Webinaren damals so besprochen. Und hier haben wir zum Beispiel schon eine Unterstützung. In der Aufwärtsbewegung, lange weiße Wochenkerze, die Mitte einer langen weißen Wochenkerze ist eine Unterstützung. Hier klappt es nicht so. Hier kommt kein Rückschlag. Hier habe ich ein Tief, von den Wochenkerzen wird gekauft. Hier habe ich, die Mitte der weißen Wochenkerze wird in der nachfolgenden Woche gekauft. Hier sehen Sie eine sehr deutliche Gegenaufwärtsbewegung. Und dann haben wir hier die Mitte als auch das Tief einer weißen Wochenkerze, die dann als Unterstützung sozusagen fungiert. Das heißt also, hier hätte man auf Kaufsignale achten dürfen, hier hätte man auf Kaufsignale achten dürfen, hier hätte man auf Kaufsignale achten dürfen, weil wir natürlich in einer grundsätzlich aufwärtsgerichteten Stimmung uns befinden. Und das Ganze kann man dann wieder runterbrechen, dass man sagt, also für denjenigen, für den Anleger, der mit Aktien arbeitet, ein bisschen längerfristig vielleicht orientiert ist, nehme ich die Monats- und die Wochenkerzen als Richtschnur und die Tageskerzen dann als Timing-Instrument. Das heißt also, wenn ich hier in den Wochenkerzen eine Unterstützung habe, dann kann ich natürlich hier versuchen, dementsprechend immer die Hände aufzuhalten. Und auch sehr schön im Prinzip dieses Kaufsignal oder dieser Test, diese Unterstützung nach Ausbruch, nach einem Fehlausbruch aus einem Dreieck mit Re-Break in das Dreieck mit einem Gap nach oben, sondern wir also hier im Prinzip das Kaufsignal auch mit der erfolgreich bestätigten Unterstützung entsprechend dem Niveau, dass man sagt, also kaufe die Unterstützung nicht einfach blind, sondern kaufe die Unterstützung nach erfolgreicher Bestätigung nach einem Kaufsignal, sondern wenn man dann hier auch mal Teilgewinne mitgenommen hat, aber zum Beispiel einen Stopp auf den Einstand setzt, dann für die Restposition, dann ist man immer noch dabei oder wir haben hier ein Dreieck, was also auch noch umverlassen wurde. Hier wird es jetzt knifflig, knifflig, das heißt also, Sie sehen, hier werden die Rücksetzer schon Intraday aufgefangen und schon am nächsten Tag die Tagestiefs hier aufgefangen, also eine sehr, sehr bullische Grundstimmung, wo es dann natürlich etwas schwieriger würde, vielleicht in den Markt hineinzukommen, aber auf der anderen Seite soll man natürlich auch den Kursen nicht hinterherlaufen. Aber grundsätzlich eine sehr interessante Geschichte, nehmen wir ja nach wie vor, wir sind ja jetzt auch ein bisschen weiter nach oben angestiegen und man kann dann wiederum die Monatskerze natürlich nehmen, dass man also hier nochmal die Trends anpasst und die Rückkehrlinien dieser Trend, dieser Aufwärtstrendkanäle stellen dann im Prinzip Kursziele dar und ja, so ein Kursziel, wozu dient das? Natürlich zur Abschätzung meiner Chance-Risiko-Relation. Wollen wir uns ein anderes Beispiel anschauen, hier zum Beispiel die Rheinmetall-Aktien. Auch hier haben wir wieder die Monatskerzen, was wir hier sehen, das ist im Prinzip eine sehr, sehr langfristige Aufwärtsbewegung. Also hier haben wir doch deutliche Tiefpunkte, wir haben zwei Hochpunkte und wir haben dann diesen Ausbruch aus diesem Aufwärtstrendkanal nach oben. Jetzt möchte ich also in diesen Trend hineinkommen und schaue mir an, A, wo sind Unterstützungen? Wieder Mitte, lange weiße Kerze, tief lange weiße Kerze wäre also ein Unterstützungsniveau. Das heißt also, nach diesem ersten Ausbruchsversuch aus diesem Aufwärtstrendkanal, der noch ein bisschen scheitert, kann ich aber sagen, okay, die Grundstimmung ist grundsätzlich positiv, lange weiße Monatskerzen, das heißt, ich möchte eigentlich die Rücksetzer versuchen, es aufzufangen. Auch hier lange weiße Kerze, Rücksetzer wird aufgefangen, da kommt kein Rücksetzer. Hier kommt jetzt ein Rücksetzer hinein, auch an das Tief einer längeren weißen Monatskerze. Das ist die Unterstützung, also kaufe die Unterstützung oder achte an der Unterstützung auf Kaufsignale und das Kurs liegt irgendwo hier weiter oben. Die Monatskerzen geben mir wieder die übergeordnete Grundstimmung, und das kann ich dann wieder runterbrechen, zum Beispiel auf die Tageskerzen, dass ich sage, okay, da habe ich ja schon mal eine bestehende Unterstützung. An der Unterstützung möchte ich eigentlich kaufen oder wenn diese Unterstützung abermals bestätigt wird. Hier haben wir schon kleine Kerzen in den Tageskerzen mit Lunden, das heißt also, die Unterstützung wird hier schon gekauft und das eigentliche Kaufsignal kommt aber mit einem Gap, mit Rebreak in das Dreieck, also hier, wo diese Ellipse ist, dieser Kreis, da ist das Kaufsignal und schon zu diesem Zeitpunkt mit dieser Bärenfalle konnte man also im Prinzip die Schwankungsbreite hier des Dreiecks nach oben abtragen und bekommt dort dementsprechend ein entsprechendes Kursziel. Und ja, hier wird es ein bisschen knifflig, also hier haben wir auch durchaus mal Rücksetzer, aber Sie sehen, also hier ist gewisse Unterstützung, da ist Unterstützung an den Dorten und Lundern vielmehr oder hier ist eine nochmal eine Unterstützung, das heißt, die Unterstützungen wurden aufgefangen, Ausbruch aus einem kleinen Dreieck nach oben, schon hier intraday am nächsten Tag wird die Unterstützung gekauft, wird die Unterstützung gekauft, hier rennen wir im Prinzip deutlich aufwärts, aber auch hier tagestief ist eine Unterstützung. Das heißt, was ich verdeutlichen möchte, man kann die Schad-Analyse sich relativ einfach gestalten, dass man sagt, okay, wo sind von den Monats- und Wochenkerzen die wesentlichen Unterstützung oder Widerstände im Schad, im Auf- oder Abwärtstrend und dann nimmt man sozusagen als Timing-Instrument die Tageskerzen, um dort ja entsprechend die Rücksetzer aufzufangen in einer Aufwärtsbewegung oder eben wie was hier im Euro zum US-Dollar sehen, dass man dann die Erholungen versucht zu verkaufen. Wo ist der Trend? Das ist also erstmal die Frage, wenn ich jetzt hier zum Beispiel als Forex-Trailer sage, ich habe hier zum Beispiel einen Abwärtstrend in hellblau, dann falle ich hier herunter, das heißt, ich bekomme hier nochmal eine Trendbestätigung, hier hatte ich eine ehemalige Unterstützung, wird zum Widerstand, das heißt aber auch, dass ich im Bereich des Widerstands im Prinzip auf Verkaufssignale achte. Hier sehen wir so einen kleinen Ausbruchsversuch aus dem Trend, scheitert im Prinzip, hier habe ich wieder eine Unterstützung, die also im Prinzip verkauft wird, auch hier habe ich eine Unterstützung, die in Verbindung mit der Mitte der langen schwarzen Kerze hier wiederum auf Widerstand trifft, das heißt also immer dann, wenn solche kleinen Erholungen nach unten verlassen werden, wird der Widerstand bestätigt und ich kann dann im Prinzip auf Verkaufssignale ersetzen, meine Schauposition sozusagen eingehen. Auch hier haben wir zum Beispiel eine kleine Unterstützung, wird zum Widerstand, das heißt also, wenn man jetzt hier auch in den sehr kurzfristigen Zeitebnen nochmal ein paar Pips noch unten mitnimmt, das Kursziel wäre hier die Rückkehrlinie des Abwärtstrendkanals, hat man nichts verkehrt gemacht und wenn man dann hier im weiteren Verlauf auch mal ausgestoppt wird, wenn natürlich auch der Abwärtstrend verlassen wird, ist das dann also auch durchaus so normal. Wichtig ist, der Erfolg an der Börse kommt mehr oder weniger auch dadurch zustande, dass ich natürlich die Zeitebenen miteinander verbinde, dass ich also nicht nur eine Zeitebene betrachte, sondern sage, okay, wie zum Beispiel bei Aktien, Monats, Wochenkerzen geben mir die übergeordnete Stimmung und die Tageskerzen ist dann vielleicht das Timing-Instrument und genauso, wenn ich im Forex oder im kurzfristigen Bereich unterwegs bin, dass ich sage, also die Tageskerzen geben mir meine übergeordnete Stimmung und als Timing-Instrument nehme ich zum Beispiel jetzt die Stundenkerzen. Das wollen wir uns jetzt auch mal anschauen in diesem Bereich, wo wir also hier im Prinzip ja an den Widerstand heranlaufen und dann nach unten fallen, an den Widerstand heranlaufen und nach unten fallen. Das schauen wir uns jetzt mal hier im Detail in den Stundenkerzen an. Das heißt also, wir sind hier nach oben gelaufen, haben eine Erholung gemacht. In den Bereich einer Widerstandszone bekommen hier unser Verkaufssignal. Eine lange schwarze Kerze bricht aus dem Erholungsstand nach unten aus. Dann kann ich im ersten Schritt natürlich die Schwankungsbreite des Trendkanals hier nach unten abtragen. Aber weiteres Kurs hier sind dann natürlich die nächsten Unterstützungen. Oder wir haben hier zum Beispiel auch wieder den Widerstand getestet sozusagen. Wir haben hier den Erholungstrend, der nach unten verlassen wird. Und zusätzlich habe ich hier noch so ein kleines Dreieck, was ebenfalls nach unten verlassen wird. Also am Widerstand. Aber eben im übergeordneten Abwärtstrend, da kann ich natürlich versuchen zu verkaufen. Dann hätte ich hier mal eine Unterstützung rauf, runter, kleine Pendelbewegung. Wird aber hier ebenfalls noch mal nach unten verlassen. Erholungstrend wird nach unten verlassen. Unterstützung wird noch mal nach unten verlassen. Also da habe ich noch mal mehrere Verkaufssignale. Wichtig ist aber, ich will auch unter Chance-Risiko-Aspekten natürlich hier ja nicht unbedingt immer prozyklisch neue Tiefs verkaufen. Das ist meistens nicht so sinnvoll vom Chance-Risiko-Verhältnis, sondern ich warte darauf, dass eben solche Erholungen stattfinden, die ich dann verkaufen kann. Oder auch im kurzfristigen Bild, solche kleineren Erholungen bieten sich dann ebenfalls noch mal zum Verkauf an. Welche Regeln können wir letztendlich aus der Idee Widerstände verkaufen, Unterstützungen kaufen, herausziehen? Also zum Beispiel die Regel lange schwarze Kerze bricht aus einem kurzfristigen Erholungstrend in Richtung des übergeordneten Trends aus. Das heißt also hier habe ich meinen Abwärtstrend. habe meine Abwärtstrendlinie, die im Prinzip ja hier schon bestehen sollte und ich habe hier in Orange sozusagen hier einen Erholungstrend, der mit einer langen schwarzen Kerze nach unten verlassen wird und genauso kann ich die Regel anwenden, dass ich sage, also ich habe einen Aufwärtstrend und wenn dann hier eine Korrektur nach oben verlassen wird, dann ist das im Prinzip ein Kaufsignal, weil natürlich die Trendlinie ebenfalls in dem Falle eine Unterstützung darstellt oder im Abwärtstrend die Abwärtstrendlinie einen Widerstand darstellt. Noch schöner ist es dann, wenn ich hier aus einer ehemaligen Unterstützung durch Polaritätswechsel, also das Plus wird in dem Falle Minus, dann hier den Widerstand doppelt habe, einmal an der Abwärtstrendlinie und einmal an der horizontalen Zone, der Verkäuferzone sozusagen da mein Verkaufssignal bekomme. Oder weiteres Regelwerk oder Idee wäre, lange schwarze Kerze generiert einen Widerstand, Pullback nach Ausbruch aus einer Formation verkaufen, das ist ein ganz, ganz klassisches Signal, dass man also sagt, ich schaue mir eine Phase der Unsicherheit an, ich schaue mir eine Phase mit Pendelbewegung an, wie es zum Beispiel im Dreieck stattfindet und wenn dann zum Beispiel hier ein Dreieck nach unten verlassen wird, dann generiert eine lange schwarze Kerze im mittleren Bereich ein Widerstandsniveau und dieses Widerstandsniveau, das möchte ich verkaufen, beziehungsweise da möchte ich darauf achten, dass dann eben so ein Erholungstrend nach unten verlassen wird oder im umgekehrten Fall eine lange weiße Kerze bricht aus einer Formation nach oben aus, lange weiße Kerze generiert eine Unterstützung im Bereich der Mitte dieses einer langen weißen Kerzen, Kerzenkörpers vielmehr und dann versuche ich hier ein Pullback eben nach unten aufzufangen, um in Ausbruchsrichtung zu arbeiten. Was sind nochmal Widerstände, Unterstützungen? Also das sind im Prinzip könnte man sagen Käufer- oder Verkäuferzonen, also Widerstände sind Verkäuferniveaus, können horizontale Marken sein, in Verbindung auch mit hohen Umsätzen, also da wo schon mal viel Handelsnotwendigkeit im Markt bestand, runde Marken wie eine 600er oder 10.000er Marke etc., also auch das sind durchaus dann Widerstände, wenn dort schon mal verkauft wurde, genauso Abwärtstrandlinien oder obere Begrenzung von Formationen, gleitende Durchschnitte fungieren auch durchaus als Widerstände, sofern sie in der Vergangenheit als solche in diesem einzelnen Wert dann auch dementsprechend schon funktioniert haben, da muss man allerdings ein bisschen mit Indikatoren doch ein bisschen vorsichtig bleiben, also man braucht immer eine gewisse Bestätigung. Genauso bei den Unterstützungen sind Käuferniveaus also genau dasselbe horizontalen Marken in Verbindung mit ehemaligen hohen Umsätzen, runde Marken, die schon mal gekauft worden sind oder eben Aufwärtstrendlinien unter Begrenzung von Formationen und das gleiche hier gleitende Durchschnitte. Wir wollen uns das auch noch mal im Daytrading anschauen, ob das da genauso funktioniert. Wir sehen hier den Euro zum US-Dollar auf Stundenbasis. Sie sehen hier auch noch mal zwei Dreiecke, das heißt wir haben hier einen Ausbruch nach oben, also hier schon mal einen kleinen ersten Ausbruchsversuch, aber der Stunden-Schlusskurs bleibt eigentlich noch innerhalb des Dreiecks oder nur knapp da drüber kommt hier nochmal zurück und hier kommt der Ausbruch. Diese Stundenkerze ist eigentlich das Kaufsignal und wir sehen also jetzt hier, da ist die Unterstützung, da ist der Pullback, das heißt in der nachfolgenden Stunde kommt ein Rücksetzer und den möchte ich eigentlich jetzt auffangen. Das Kurs hier aus dem Dreieck nach oben abgetragen, das wird nicht erreicht, das muss man natürlich auch mal sagen. Schadanalyse in dem Fall ist also keine Kristallkugel oder dass das jetzt hier zwingend erreicht werden muss. Das heißt also, wenn ich jetzt hier schon ein paar Pips habe, dann kann ich auch mal sagen, okay, am ersten Kursziel nehme ich mal Teilgewinne mit, dann setze ich auf alle Fälle einen Stoppkurs auf den Einstand oder kurz darüber, dass nichts mehr anbrennen kann, dann werde ich hier unter Umständen auch ausgestoppt. Jetzt haben wir hier ein zweites Dreieck, was also ebenfalls hier schon mal einen kleinen Ausbruchsversuch hatte, aber Sie sehen, da ist kein Stunden-Schlusskurs, der Ausbruch kommt also hier und auch hier haben wir den mittleren Bereich einer längeren schwarzen Kerze, das heißt also, hier kommt der Pullback und den möchte ich dann mehr oder weniger verkaufen. Die Frage ist natürlich, wie macht man das praktisch? Das schauen wir uns noch auch gleich an. Hier sehen wir allerdings auch, dass das Kurschen nach unten, also sogar noch übertroffen wurde. Sehr schöne Trading-Chance in dem Beispiel. Wichtig ist jetzt, dass man eben sagt, okay, ich nehme jetzt hier zum Beispiel die Stundenkerzen als übergeordnete Basis, also das ist dann H1 und als Timing-Instrument möchte ich die 5 Minuten nutzen, aber eben nur dann, wenn mir die Stundenkerzen hier ein Kaufsignal oder hier ein Verkaufssignal bieten, das heißt also, dann möchte ich auf die 5-Minuten-Kerzen umswitchen und nicht hier ständig den Bildschirm auf 5 Minuten auch offen haben, das verleitet dann doch manchmal dazu, dass man, ja, oder vor allem Anfänger, die eben noch keinen Plan haben, ja, da geht es immer ein bisschen rauf und runter mit dem Konto, also wichtig, man braucht einen Plan, man braucht eine Idee, wie man handeln möchte und die 5 Minuten dann hier zum Beispiel als Timing-Instrument nutzen, das schauen wir uns jetzt hier mal an, das heißt also, das erste Beispiel, wir haben den Ausbruch aus der Formation nach oben, dann in den 5-Minuten-Kerzen kommt dann eine Gegenbewegung, wir haben von den Stundenkerzen hier in dem Bereich unsere Unterstützung, die Unterstützung möchten wir kaufen in Verbindung mit einem Kaufsignal in den 5-Minuten-Kerzen und das kommt eigentlich hier schon zum Tragen oder wir hatten dann im weiteren Beispiel hier unser Verkaufssignal, wir brechen also aus der Formation nach unten, wir haben hier unser Widerstandsniveau, da möchten wir eigentlich verkaufen, das heißt also auch hier kann ich sagen, ich habe hier einen Erholungstrend, ich habe hier zum Beispiel einen Fall unter das Tief oder unter hier ein Tief der weißen Kerzen, der weißen 5-Minuten-Kerzen, hier ist es nicht ganz so einfach, aber Sie bekommen hier in dem Bereich trotz alledem Ihr Verkaufssignal und können dann hier auffallende Kurse weitersetzen, natürlich könnten Sie sagen, ja warum verkaufe ich dann nicht hier in dem Bereich, also da wo der Widerstand getestet wird, aber da bekommen Sie im Prinzip noch kein regelkonformes Verkaufssignal, hinterher wissen wir dann immer alle besser Bescheid, wichtig ist, wir haben einen Erholungstrend, wir haben einen Erholungstrend, der sich dann als Pullback erweist und diesen Pullback, den wollen wir im Prinzip verkaufen, aber trotz alledem für das kurzfristige Trading im Devisenmarkt können wir natürlich auch die Monatskerzen nehmen, wir haben hier in den Monatskerzen, ja häufig ist so etwas der Fall, dass Sie also eine längere Phase der Verunsicherung haben, wo Sie rauf und runter handeln können, solche Situationen mit einem großen Dreieck, was sich hier über Jahre ausbildet oder über Monate, das ist eher selten, das heißt aber, dann muss man auch dementsprechend handeln, das heißt wir haben ja hier ein großes Dreieck in blau und dann nochmal ein etwas kleineres, aber ebenfalls ja fast über ein Jahr andauerndes Dreieck in rot, welches dann nach unten verlassen wird und auch hier nochmal, dann kann ich also im Prinzip vom Day-Trading ins Positions-Trading wechseln, dass ich sage, okay, ich möchte hier die Erholung verkaufen, möchte die Erholung verkaufen, möchte die Erholung verkaufen, hier habe ich auch den Ausbau aus dem Dreieck mit einem Pullback sozusagen sogar an den Monatskerzen und dann geht man aber davon aus, dass man eben die Erholungen verkauft, bis eben hier so eine sehr starke Gegenbewegung kommt, wo die Power der Bullen sozusagen sich durchsetzt. Ja, was kann man dazu noch sagen? Letztendlich also ist es relativ oder kann man sich die Börse relativ einfach machen, das heißt also, dass man sagt, okay, wo sind die Widerstände, wo sind die Distributionsphasen, wo ist eventuell im Aktienmarkt eine gewisse Euphorie der privaten Anleger, wo finde ich meine Verkaufssignale oder wo sind die Unterstützung, wo sind hohe Umsätze, wo sind kleine Kerzen, wo wird sozusagen nach einer Abwärtsbewegung aufgesammelt. Das kann man dann letztendlich auch in der kurzfristigen Zeit eben dann ummünzen und die oberste Regel ist natürlich Handel, was du siehst. Ich möchte Sie einladen, noch meine weiteren Videos, natürlich auch die Videos der Kollegen sich anzuschauen. Wir haben auf XDB oder XDB hat halt doch sehr viele Education-Videos mittlerweile auch aus meiner Feder zum Beispiel natürlich meinen Steckenpferd Candlesticks Teil 1 bis 3 und letztes Jahr noch kurz vor Weihnachten Ausformung von Kerzen könnte man als Teil 4 betrachten und natürlich auch noch diverse Videos zu Indikatoren, zu Chartformationen, zu Indikatoren für Anfänger, für Charts für Anfänger, aber auch natürlich die Erfolgsfaktoren beim Trading sind nicht außer Acht zu lassen. Also einfach mal den XDB YouTube-Kanal durchforsten und abonnieren. In diesem Sinne Ihnen viel, viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Ihr Stefan Salomon. Ja, vielen Dank Stefan und natürlich, wenn es Ihnen gefallen hat, gerne auch einen Kommentar oder ein Like lassen bei YouTube. Kommentar, was vielleicht auch noch als nächstes Schulungsvideo Sie interessieren würde. Also, je mehr Feedback wir bekommen, desto besser können wir auf Sie zugehen. Gerne Kommentare, gerne Like bei YouTube. Wir freuen uns sehr und Stefan hat es gesagt, schauen Sie sich mal um im YouTube-Kanal. Es gibt täglich auch Live-Videos, aktuelle Analysen, Trading-Chancen finden oder halt auch Schulungsvideos, alles im YouTube-Kanal von XDB zu finden. Vielen Dank, wir hören uns wieder. vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.